Herzlich Willkommen zu einem weiteren Vlog von uns. Wir sind noch in den USA in Florida, genauer genommen in Orlando und genießen hier bestes Wetter und Freizeitparks. Das ist eigentlich viel zu heiß. Ja, das erklärt vielleicht doch gerade unser aufgebrachtes er redet wirr. Das macht die Hitze, das macht die Hitze. Was ich aber sagen wollte ist, hier machen wir heute keinen Vlog aus den USA. Wir machen mal ein kleines Bremen Update. Hier ist es einfach zu warm zum Vloggen. Und dann gucken wir mal, was wir so in der Zwischenzeit in Bremen erlebt haben oder in Bremen erleben. Also haben wir uns spontan in Amerika gedacht, machen wir eine Ansage für einen Bremen Vlog. Ja, so ist es. Und jetzt geht es los mit dem Vlog. Aber noch nicht jetzt hier bei uns, sondern etwas später in Deutschland. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag und dieses Auto, in dem ich gerade sitze, ist ein deutsches Auto. Und zwar unser Auto aus Bremen. Und das hat jetzt über sechs Wochen hier gestanden. Ich habe da immer meine Sorgen, weil der Wagen schon ein bisschen älter ist, ob die Batterie überhaupt mal funktioniert. Ob man auch noch was fahren kann mit so einem Auto, was deutsche Qualität hat und immer funktioniert. Sehr schön. So, der Tag beginnt mit Autofahren und das Universum will wohl, dass wir in den Heidepark kommen. Denn er hat das Auto angehen lassen. Ja, und ohne Probleme sogar mal wieder. Wundert mich wirklich. So, jetzt sind wir erstmal auf dem Weg zur Tankstelle als erstes. Denn der Tank ist so gut wie leer, würde ich mal sagen. Und dann geht es, wie Sonntag schon sagt, in Richtung Zolltau. So, Benzin kostet hier in Deutschland im Augenblick gerade unserer Beziehung, was wir immer tanken. Wir nehmen ja meistens dieses E10. 1 Liter 1,81 Euro. Im USA haben wir bezahlt für eine Galone. Das sind ja über drei Liter. Ich glaube, es waren 3,45 Dollar oder sowas. Leichter Unterschied, würde ich sagen. Und tatsächlich bin ich auch sehr gespannt, wie da Heidepark jetzt auf mich wirkt, nachdem ich einen der besten Freizeitparks der Welt besucht habe. Ja, das kann man so echt sagen. Die Würselstudios in Orlando sind, ist einer der besten Freizeitparks. Und ich weiß, dass es mir mit Simone damals auch sehr schwer gefallen ist. Wir waren ja vor 20 Jahren auch öfters dort in Florida, als wir dann in den Heidepark gekommen sind. Das ist ja unser Park, der einfach bei uns in der Nähe ist. Da war es für uns eine sehr, sehr große Umstellung. Jetzt zum Glück, als wir in Orlando waren, gab es da auch ein paar reale Achterbahnen. Das war in Hollywood, in Los Angeles, wo wir da waren im letzten Jahr bei Universal Studios. Das war da ein bisschen anders. Da gab es mehr diese virtuellen Fahrten und da haben mir persönlich die echten Achterbahnfahrten gefehlt. Und ich weiß, dass ich mich jetzt total freue auf Colossus und auf Flug der Dämonen hauptsächlich. Und auch echt gespannt bin, wie es so ist, wieder nach Hause zu kommen. Hier hat sich was getan im Heidepark. Es gibt hier keine Leute mehr, die hier die Karten kontrollieren, ob man parken kann. Ich hoffe, es funktioniert. Wollen wir mal sehen. Warten. 10 Euro. Parkplastik hier 10 Euro. Inklusive. 感じter miedo. Gasllerik. Es hat nur zwei Ulrike, also ich bin mir klar. Hier haben wir die Gemüse gefahren, oder länger hinzu, das waren bis три predictoren. Busch und ich schli story секimo. 11 Als erstes sind die post village Teil des Ge Hair ins italien. Dann sind sie weg, die cradlehause sind bewegte, So, da ist es wieder das Heideparkfeeling und es wird auch alles dabei bleiben, was wir immer zuerst machen. Erstmal geht es um Kolossers natürlich, oder? Ja. Wenn ich jetzt Nein sagen würde, würden wir trotzdem hingehen, oder? Auf jeden Fall. Das ist für mich immer die wichtigste Fahrt. Wenn ich die erst am Tag einmal gemacht habe, dann ist mir fast schon alles andere egal. Ja, wir haben 10 Grad. Schön frisch. Und wie ich das so auf den ersten Blick überblicken kann, ist es heute gar nicht voll. Jedenfalls bisher nicht. Es sah sehr leer aus. Vielleicht kommt es uns aber auch nur so vor, da wir die letzten Erinnerungen vom Freizeitpark, also die zwei Wochen Freizeitpark am Stück fast, nur im Trubel und voller Menschen kennen. Ja, das stimmt. Dann kommt es mir so vor. Hallo zusammen. Ja. Ich bin Peppa Pig. Ich bin zu Hause. Und das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das habe ich ja vermisst, muss ich mal sagen. Ja. 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 Musik Also ich bin trocken geblieben Ja, natürlich bist du trocken geblieben Du musst auch noch später Auto fahren Da sind wir auch schon aus dem Mountain Rafting rausgekommen Der eine ist trocken und der andere ist nass Ja, ist genau das zugetroffen, was ich befürchtet habe Und naja, ich bereue es nicht, gefahren zu haben Es wäre auf jeden Fall nötig gewesen Aber ich muss dazu sagen, wir sind zweimal gefahren Und das zweite Mal war überflüssig Wortwörtlich Ja, gut, weiter geht's Ja, gut, weiter geht's Ja, die Zeit verfliegt Richtig schönes Wetter ist geworden Richtig warm Wir sind hier im Wirtshaus und sitzen auf der Terrasse Zum Mittagessen Bei mir gibt's ein, wie heißt das nochmal? Schinkenbraten Die Portion ist ein bisschen klein geraten, muss ich mal sagen Für 17,90 Euro Ich hoffe, es war ein Fehler Wenn's immer so ist Aus den USA sind wir andere Preise gewohnt Und bei Johnny gibt's auch was Leckeres Schnitzel mit Vommes Das Kapitänschnitzel auch genannt So, äh, Guten Naja, vielleicht sag ich lieber, was auf dem Teller liegt Man sieht es zwar, aber Kapitänschnitzel kann vieles heißen Weil ich meine, da steht auch eine Beschreibung unter Man durfte selber Sachen aussuchen So, was du nimmst, was man nicht nimmt Tut mir leid, ich wollte es euch nur vernünftig erklären So, wie heißt das? So, frisch gestärkt und bestens ausgeruht Gibt's jetzt eine schöne, lockere Krakefahrt Die zwar kurz ist, wie wir wissen Aber die es in sich hat Gibt's nichts hinzuzufügen Ja, wie war die Fahrt, Krake Ähm, ich muss sagen Der freie Fall war mal wieder Intensiver als sonst Ähm, ja, also das ist bei mir immer so Also, wenn man eine bestimmte Bahn Eine längere Zeit nicht gefahren ist Dann gibt's wieder richtig, äh, Bauchkribbeln während der Fahrt Also, äh, war gut Wartezeit war ja auch nicht allzu lang Die Fahrt leider auch nicht Aber, äh, ja, wir würden sagen Gucken wir mal weiter Denn wir sind hier in der Nähe von, äh, Flug der Dämonen Was wir auf jeden Fall auch machen müssen Wenn die Wartezeit stimmt Natürlich Das ist richtig Ansonsten gehen wir was zum Stream Auf jeden Fall heute völlig entspannt Machen alle schön der Reihenfolge nach Und gleich nochmal dann Wenn wir durch sind, alles doppelt Musik So, spätestens nach der Fahrt im Scream bin ich zumindest im Heidepark und damit zuhause angekommen. Es war richtig schön luftig. Ja, die Skribbeln habe ich leider nicht mehr, das habe ich aber schon länger irgendwie nicht mehr, weil es gab irgendwie mal so ein paar Tage hintereinander, wo wir den Heidepark noch wirklich jeden Tag fast besucht haben und ich glaube es gab Tage, da bin ich nur das Ding da gefahren, also seitdem habe ich gar kein Kribbeln mehr dabei. Also bei mir hat es eben gekribbelt wie sonst was, wie bei der ersten Fahrt, aber ist ja auch schön wenn das so ist und so gleich geht es hinter uns auch noch mal weiter. Warten wir mal kurz ab, das ist ja oben das schönste für mich, die Aussicht muss ich mal sagen über den Heidepark. Ich finde den Fall am besten, der jetzt gleich kommt. Da ist er. Ja, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Bahn, die früher Limit hieß, die dann bei später Toxic Garden heißt, noch nicht in Betrieb, ich bin da ja sehr gespannt drauf. Ich auch, ich bin gespannt darauf, vielleicht die Bahn mal so erleben zu können, wie Stefan sie damals beschrieben hat, sanft und schön, jetzt ist sie ja mehr so, ja jetzt in der letzten Zeit ist es ja ruckelig und schmerzhaft gewesen und ja Kopfschmerzen hast du auf jeden Fall danach, wenn du dir oft genug den Kopf gestoßen hast, was da schwer zu feinern ist. Und ich habe ja größte Bedenken, dass die Bahn so wird wie früher, kann ich mir nicht vorstellen. Man hört immer so verschiedene Sachen im Internet, dass ein paar Schienenteile ausgetauscht worden sind. Hier ist nochmal die Bahn. Ja, bin ich sehr gespannt drauf, vielleicht beim nächsten Besuch, wenn wir hier sind, läuft sie vielleicht schon. Sieht auf jeden Fall gut aus von der Werbekampagne hier. So und zur Vollständigkeit haben wir auch noch mal Ghostbusters gemacht, wer hat natürlich gewonnen. Ich glaube, Stefan hatte 79.000 Punkte und ich 71.000. Also habe ich gewonnen, genau. Wer hat da die Ghostbusters-Filme nicht gesehen, als wenn es ein Ghostbusters darum geht, wer die meisten Geister abschießt, wenn sie einen Teamwagen haben. Es geht einfach darum, dass die Ghostbusters die Geister wieder... Das ist eine Geistervernichtung, hä? Natürlich. Da kannst du gar nicht gewinnen, wir haben alle in einem Team gewonnen. Ich habe gewonnen auf jeden Fall. So fertig aus. Ja, was wir fast vergessen haben, ist Big Loop. Fahren wir zwar nicht so oft, aber wenn wir jetzt mal so die typischen Bahnen hier wieder fahren wollen, dann gehört Big Loop auf jeden Fall mit dazu. Vor allem gerade an so einem Tag, wo nicht viel los ist, wo man alles fahren kann, ohne sich lange anzustellen. Passt sehr gut. Das ist ein Geschwistern. Obwohl hier heute alles ganz easy und alles ganz leicht ist, eine Pause ist doch mal notwendig. Ist doch ganz schön warm heute geworden, muss ich mal sagen. Da gibt es einfach ein kühles Getränk. Dann bin ich hier geholt. Monster Juiced. Wie heißt das? Der Doktor. Der Doktor, okay. Prost! Auf den gelungenen Heideparktag. Moment. Ich hab schon getrunken. Achso. Früher hat man sich mal unterhalten, wenn man eine Pause gemacht hat hier im Heidepark. Früher. Ja, kann man heute auch noch machen. Verder so kann man. Dan,able. Beretzung, Popasa社 und Poverkommer. Hankau Singure?!?! Ber combining sie pornography? Auf bye. Loser ist dabei. Ja, das war er jetzt, unser erster Tag im Heidepark in diesem Jahr. War sehr, sehr angenehm, muss ich mal sagen. Einer der besten Tage, glaube ich, die ich überhaupt im Heidepark mal hatte, weil es nicht stressig war. Also das mit besten Tag kann ich nicht sagen, weil ich muss sagen, am spektakulärsten ist immer Halloween-Event, weil da im Laufe des Tages, da läuft man mit so Leuten, da sind wir nicht mal zu zweit, man läuft mit mehr Leuten rum und allein die Stimmung ist richtig geil, weil man sich halt darauf freut, den ganzen Tag im hellen, die Bahn im Dunkeln zu genießen. Aber von einem normalen Heidepark-Tag muss ich auch sagen, das war richtig, richtig entspannt und angenehm. Was habe ich denn anderes gesagt? Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast gesagt, insgesamt der Heidepark-Tag. Der Halloween ist doch besser. Ich habe gesagt, insgesamt war es wohl einer der besten Tage, die ich jemals im Heidepark hatte. Ja, also besser als Halloween. Einer der besten Tage, nicht der beste Tag. So, liebe Freunde, unser Auto haben wir auch schon gefunden, hier steht es. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man es gleich wiederfindet. Ja. Äh, ja. Also war gut. Fahr mich nach Hause, Stefan. Ja, mach ich. So, und nun sind wir auf dem Rückweg. Und, ähm, ja, wir hatten uns ja gefragt auf dem Hinweg, wie uns der Heidepark nach unserem Abenteuer in Orlando, Florida bei Universal gefallen wird. Da ich ja mit Cihona auch schon mal so eine Phase hatte, wo wir dann nicht mehr so zufrieden waren. Äh, ich muss sagen, diese, äh, Bedenken haben sich heute völlig zerstreut. Es war ein richtig schöner, relaxter Sonntag, äh, sehr angenehm. Natürlich nicht so spektakulär wie in, äh, Orlando, Florida. Aber doch, äh, sehr viel besser als gedacht. Und, ähm, ich kann jetzt ohne Bedenken, äh, wieder in den Heidepark fahren und, äh, freue mich schon auf den nächsten Besuch, ehrlich gesagt. Und während es draußen regnet und stürmt, machen wir unser Update weiter. Und es sieht aus, als ob ihr heute bei uns Weihnachten wäre. Ja. Vielen Dank für die ganzen Zuschriften, die sich hier angesammelt haben in Form von Paketen. Die wir nur ein bisschen schneller aufmachen als gewöhnlich, um so ein bisschen, äh, Zeit zu sparen. Es ist, wie gesagt, immer so, wir freuen uns über jedes Paket. Aber jetzt sind so viele da, müssen wir ein bisschen schneller machen, leider. Genießen können wir den Inhalt dann ja ohne Kamera. In Ruhe, genau. So, jetzt machen Simone und John erstmal hier, äh, Fließbandarbeit. Gut, womit soll ich anfangen? Ich glaube, ich fange hier mit an. Das ist ein Paket von Rico. Ein ganz besonderes Paket. Da sieht der Karton schon ganz nett aus. Und zwar, Rico, was hast du uns... Oh Gott, ich glaube, John, du fängst mal an auszupacken. Das ist ja lustig. Ähm, hier haben wir so CDs. Und, äh, hier ist was... Also, ich, ich kenne mich nicht hundertprozentig aus. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Easy E hier bei ist. Den kenne ich. Was haben wir hier? Ja, auf jeden Fall ist das von Alena und Rico das Paket, die auch bald nach Kalifornien reisen. Dresden, wir lieben diese Stadt. Dann haben wir hier Outpost, ein Buch. Ich dachte mir jedenfalls dabei hier. Und dann haben wir noch ein Buch. Ich glaube, da habe ich schon mal ein paar gehört. Ich glaube, da... Warte, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, irgendwie Slavic oder so heißt der, oder? Das ist für mich. Ja. Vielen Dank. Ein Duft. Ja, dann haben wir hier noch... Hat sie auf jeden Fall nötig. Nötig, ne? Süßigkeiten. Ein kleines Taschenmesser. Also vielen Dank. Tolle Sachen. Und ich lese das gleich in Ruhe mit den Jungs. Und wie gesagt, es sollte heute ein bisschen schneller gehen. Aber schon mal klasse. Ups. Mit dem ersten Paket. Dann mache ich jetzt weiter mit einem Paket von Lisa. Erst mal gucken, wie ich da jetzt rankomme. Und erst mal vielen lieben Dank und voraus. Ja, genau. Oha. Das sieht wieder feucht-fröhlich aus. Oh, Chiemsee. Eins von Stefans Lieblingsbiersorten. Was zum Knallen. Und Hofbräuhaus Traunstein. Noch ein helles. Also die Bier-App von Stefan freut sich. Also von dem letzten Bier habe ich noch nie was gehört. Vielen Dank dafür. Und Lisa, du kriegst natürlich ein Autogramm von uns. Und auch deinen Brief lesen wir gleich in Ruhe. Vielen herzlichen Dank. Also klasse. Dankeschön. Ups, ups, ups. So, jetzt machen wir hier. Moment. So. Erst mal Platz. Jetzt haben wir hier ein Paket von Ben. Oh mein Gott. Also jeder hat für John auch wieder Post von Ben. Für Simone. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Schokolade. Ist das Lint? Ich habe es am Kocher gekannt. Das ist echt ein Wahnsinn, welche Mühe sich alle machen, die Pakete zu packen. Erst mal, ich, äh, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Danken Sie hier für Stefans Bier-App. Ordentlich Auswahl. Nicht nur für die Bier-App, auch für meinen Geschmack. Für deinen Gaumen. Ach. Noch mehr. Ach, wie cool. Klasse, trifft sich gut, denn ich habe momentan wieder meine Liebe zu Kakao gefunden. Dankeschön. Plan B, Plan B, sogar hier mit so einem Holzfass hier, Appenzeller. Ich packe schon mal hier weiter. Wow. Also, klasse Sache. Und ich glaube, das war jetzt ein Holz da rum. Ja, wir haben nichts übersehen. Und du hast hier Wanderlust, ein Schweizer Pale Ale. Also, vielen, vielen Dank, Ben. Tolle Auswahl. Und auch um den Brief kümmere ich mich gleich. Ja, von mir auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Also, das sind echt Biere. Ich liebe es, neue Biere zu auszuprobieren. Und ich glaube, diese kannte ich alle noch gar nicht. So, mal sehen, was jetzt noch in dem nächsten Paket ist, in dem gelben. Das ist von Helmut. Und ich glaube, Helmut hat den Rekord. Der hat uns, glaube ich, schon die meisten Pakete geschickt. Den Brief lese ich auch gleich wieder in Ruhe mit den Jungs. Und wir gucken mal, was wir hier haben. Oh, ein Osterpaket. Gut eingepackt, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Auf der Adresse draufsteht. Wir haben Süßigkeiten. Ja, was ist nun passiert? Simone? Ja? Das hat mich aufgenommen. Die Kamera ist irgendwie ausgegangen, unbemerkt. Beim Auspacken des Paketes von Helmut. Wir machen mal da weiter, wo wir glauben, die Kamera ungefähr, wo sie ausgegangen ist. Was damit ist, ich glaube, sie hat doch ein bisschen gelitten, die Kamera, bei unserer Airbootour in Florida. Ja, seitdem haben wir ab und zu mal ein paar Probleme mit der Kamera gehabt. Wir müssen die mal neu resetten, glaube ich. Vielleicht hilft das schon. Aber jetzt geht es mal weiter mit dem Paket von Helmut. Ja. Passend, was ich hier gerade entdeckt habe. Devil May Cry 5. Ich hatte das Spiel auf TikTok im Livestream gesehen und ich war da komplett irgendwie gefangen drin, weil ich die Grafik echt gut fand. Und ja, das war aber schon nach meinem Geburtstag. Also für Wünsche war es da zu spät. Ja, aber Helmut, wieder Wahnsinn, Wahnsinn. Was für tolle Süßigkeiten. Und jetzt merkt man, wie lange das hier schon liegt, das Paket. Denn unter den USA-Reise-Videos, da ist Ostern noch gar nicht erreicht. Aber hier im Real Life ist Ostern schon lange vorbei. Passt dazu auch ein gelbes, Ostereierfarbenes Handtuch. Das gibt aber auch... Das macht überhaupt nichts, denn Ostern kann man eigentlich immer essen. Es gibt noch Cornflakes, ganz viel Auswahl. Es gibt noch weitere Süßigkeiten. Es gibt noch... Sch, sch, sch. Nein, Köhlegrin. Vielen Dank. Vielen Dank, das versuche ich zu sagen, seitdem ich hier das Spiel gezeigt habe. Ja, es gibt amerikanisches Bier. Es gibt Astra, das kommt ja aus Hamburg. Dann gibt es ein Fruchterfrischungsgetränk. Es gibt eine Strong Cola, kenne ich auch nicht. Und ja, wie gesagt... Müß wie Sorten. Süßigkeiten ohne Ende. Ganz lieben Dank, Helmut. Und ja, wir sprengen mal wieder die Aufnahmezeit. Und deswegen darfst du jetzt die Absage machen. Das aber freundlich. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken, uns abonnieren. Und bevor ich Tschüss sage, bedanke ich mich erstmal für die ganzen Pakete. Man kann uns schon mit einem Kommentar glücklich machen. Oder mit einem Daumen nach oben. Also das ist nicht selbstverständlich. Das wissen wir. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Und ich sage vielen, vielen Dank an alle, die ein Paket geschickt haben. Und auch an die beiden, die jetzt die ganze Sauerei hier wieder aufräumen werden. Wer ist denn das? Simone und John natürlich. Nee, John, aber ich habe einen Termin. Du bist gleich alleine zu Hause. Du hast dann Zeit hier, bis wir nach Hause kommen, alles schön zu machen. Wollt ihr mal sehen, wie es hier... So ist das hier, nicht? Und Simone ist immer die, die von allen immer sagt, wo alle immer sagen, die tut uns ja so leid. Ja, ich bin der Leidtragende. Ich bin der Leidtragende. Alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020